Hallo und herzlich willkommen YouTube hier bei eurer Mandarine Mango und zwar heute haben wir Dual Bash Live Hast du nie gesehen Nummer 1, heute mit dem Tube Gammer, hallo und zwar spielen wir heute eine Eroberung Hardcore auf Operation Firestorm und ah, erklär mal wie viele Einsatzziele wir hier haben naja, wir haben 3 Einsatzziele und alle 3 gehen dann Gegner aber hier, ja, ich greife, wie ihr gerade sehe ich greife hier den Hubschrauber an, aber ich hole den gleich mit meinem Panzer runter, das ist ein fantastischer Kill gewesen ja, den ich nicht mehr bekommen habe, weil die alle runtergehobt sind naja, was soll, jetzt kommt der angeflogen ich check das hier, baller alles, was geht ich kriege auch ein paar Hitmarker aber der Tube Gammer schießt einmal drauf und der Heli geht down und jetzt kann man sehen, Black Hawk down denn der Hubschrauber ist am Boden, den greife ich wird sich wieder anmachen, kalt und jetzt werden wir hier erst davon irgendetwas ja, schön, wie du mir wieder meine Case wegnimmst naja ich war mal weiter ja, und ja, ja, vorma bis vorma bis zu 10 Uhr ja, ne, habe ich noch nie, vielleicht doch zu B so, treffst du, ja, ne, gut, ich denke, wir können es sein lassen ähm, so ich, ich, auch, na, ich habe kein Reparaturwerkzeug dabei, was ist das denn? ja, eigentlich wollte ich gerade fragen, ob du was mit dabei hast ich bin hinter dir, ne? ja, ich wollte ja gerade reparieren komm mal hier, weil wir gerade was angesprochen haben ähm, was spielen wir denn für Klassen? also der Tube Gamer spielte den Sturmsoldaten, was hast du denn da eingepackt? und zwar habe ich mit heute äh, die M16 A3 mit holographischem Visier und Schalli ach, und ich die M40 A5 mit achtfachem Zielfernrohr Geradzug vor Schluss und genau, hier sieht man sie ja auch nochmal schön die M16 ja, schwerft ihr klein Medipack zu, wenn du das haben willst brauch ich nie, brauch ich nie also, okay also, ich habe mein Medipack heute mit statt das Granate, was denn jetzt machen die, nehme ich schon los Richtung B wir, wir sind hier nämlich die Profis wir nehmen hier alles ein, sozusagen und genau, ähm mal gucken, was wir jetzt hier gleich vorfinden hören okay, wir sehen das mal den einen, genau das ist irgendwie bloß ein Kriss ist gekriegt, aber gut, machen wir mal hier in das Haus rein also, also hier genau nämlich das Ausnahme mit einer Glock hab ich grad gelesen mhm ah gut, kommst du auch mit hier rein, genau es ist, ich leg mich mal hier vorne hin und oh, da, da, da macht dann ja, was denn, ey das ist doch so einfach gewesen aber mein Schali sieht man geil oder bestimmt ja, sieht man gut, na ja ja, seht das, seht das ja so, jetzt sagen wir mal los, ja ich hab ihn gesehen hinten mal kurz ja, okay ich glaub hier, der ist nicht mehr da so so siehre hier vorne, siehste auf der Karte, den ja genau, den, 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 den aber der ist meine, den, den, den hinten war auch noch rein bei uns den, 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 den besser ist den, der seit, nein, oh boah den wollte ich so schön messen na 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 ein paar muss aber ich sehe gerade irgendwie keine ja ich renne grad wieder zu hier c da ist es kommen ja schon hinterher also so ist es nicht ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich will den nehmen ich will den nehmen wo ist er denn jetzt hin ich denke ich bin aber angefragt also kolonial linges zum ersten mal heute aber nun gut so dagegen jetzt hier ist vorne geschwader du fliegst wir fliegen okay Warte Warte ich steuern auch noch eines Ankunfts und die Prozent ich muss warten 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 jetzt sind ja ich bin auch drin ich fliege jetzt gerade hinter mir und so ich werde schocken hier folge ich hier hat dann gesehen hier unten ich wollte mir das mann gucken wer wer hier auf den Schießdorf war einer von uns und jetzt hier c das wollen wir machen spring mal ab oder was was man ja ich ich weiß noch nie ganz ich habe zeit ist erst mal ein paar runden also ich mache das dann ich mache das gleich spontan wenn ich abspringen sagt ich stehe es dann ja jetzt bin ich abgesprungen über c ok ich komme nach einer runde rum so ich müsste gleich einnehmen ich bin ein bisschen scheiße gelandet ok so ich nehme jetzt c1 so und jetzt jetzt kommt er hier falsch um springer pro ganz schön weit oben so jetzt wollte ich hier eigentlich ist schön aber klatscht ich erst mal voll gegen das ding dran ja genau da haben wir jetzt mal mit acht und unten bist du okay also ja ja komm runter ich habe ja schon in zehn getan komm runter und kriegst ins ja es kommen die sich nachher lieben ist das ja jetzt ist alles wieder farbe ist voll so hier oben war gerade einer man hat man erwartet ich gehe mal kurz hier hoch weil ich da hier hatten gesehen habe ich mache schon mal zu b bitte verzeih mir dies ja ich komme jetzt nach selbst ich steuere da bei dir auch können wir legen geht es aus dem schatten heraus nimmt damit auseinander ich bin nur noch muss okay ich bin jetzt gespawnt im jet mir hat klar das war ich ja um springen ich weiß auch nicht wieso ich überhaupt hier in den aufgabe gespielt habe ich mache es jetzt auf jeden fall machen weiter hier dumm soldat aber das ist gut und hier haben wir einen ersten das stimmt irgendwie jetzt ganz oft angehen also ganz viele hitmarker der büro mit der pdw du bist ja ist es ist so wirklich schlecht das muss ich mal so sagen weil ich mich ganz nachvollziehen kann wieso drei hitmarker nicht gleich tot sind aber du bist ja auch gestorben ja und also immer ganz leise da guck dir meine karte an so schlecht wieder heute komm wir nehmen den jet komm 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 nein hinter dir hinter dir ja ok ok ich komme schon warte noch nie noch nie noch nie warte 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 jetzt so ne dann machen wir mal los so ich schieße ja gerade auf den panzer unter uns weil du nichts zu tun habt soll ich auch so schreck für dich fliegen damit ich den killen kann ja auch nicht wo man landen durch dort nur noch mal ab in der Ehe und landen dann können wir versuchen versuchen auf Art zu landen okay meistens naja eigentlich kriegt das ja die Mandarine mann e 1 a gelandet bitte bitte dafür muss es schon richtig und jetzt den Fall ist es ist ein das war aussehen das war aufzusehen er hat mich auch mit die Welt loskommen ja hier ist es doch so ist jetzt sehen wir diese epische Sonne in der Welt die drei die sich hier episch an Hubschrauber vorbeistrahlt das ist nicht episch oder er hat aber versucht die Scheibe durchgeführt und wie du kommst noch mal hier nichts los so jetzt ja landen wir mal ja landen auf B na jetzt wollen wir gucken ob er es wirklich noch mal hinkriegt und nein es ist gelandet ich bin lieber mal ausgestiegen bevor ich habe den Kriegs noch auch den Kriegs noch auf nein 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 raus 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 auch knapp knapp habt ihr das gesehen auch hier drüben und du willst den auch mal oder der andere der andere Gründer ist er würde bei Kölbe kommen sie sind dass sie verändern ja den haben wir schon oh du triffst nur ein Granatwerfer ne der versteht der das steht dahinter irgendwie aber jetzt hat er der andere hat ihn jetzt gekillt irgendwie gekillt hier kriegst du mehr die weg wenn du brauchst auf zu c fallschirm öffne dich ach so jetzt er hat ein bisschen geleckt weil er es hat ja mal die penne ich will jetzt nicht hoch lauschen oh komm jetzt hier hoch hier hinten liegt nein guck hinter dich da nein hau mir neues hin oh heule doch wo ist denn das jetzt auch hier so meine 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 ah ja hilfe bei kill 89 starke ding stark ja eher killklauer ich habe ihn eher gesehen dafür habe ich ihn einfach mal gekillt brah na und ich habe ihn gesehen und da gehören die 100 Punkte eigentlich mir ja reg dich jetzt mal nie auf mit deiner ich wurde immer von diesem kolonial lingen 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 denn warum soll ich mich nicht aufregen 1 3 man ich bin schon bester spieler aber so komm mach schneller wir müssen das noch gewinnen irgendwie ja das kriegen wir nicht mehr hin das machen wir zu b oder zu b ok wir haben eine open order heule oder hast du da auch gerade aus dem ich habe nichts gesehen ach so ist doch irgendwie wo meinst du oben dort oben hat irgendwas rot markiert auf dem mini karte aber na gut ich renne jetzt zu b wie bald da oben oh ne heller bill roh mit seiner pdw er hat mich auch gerade gefällt der regt mich gerade total m416 service da 100 irgendwas das geht ja mal überhaupt warum nicht weil das assi ist kann man so ein service sagen m m m wo bist du wo stehst du oh ja ok ja ich kommt hast du den alleine hast du den allein schlag ich den allein gut 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 ich mach'n selbstmord ich mach'n selbstmord haha geil spawnen dann bei mir das war der erste gewollte selbstmord oh hier sieht man meine schönen drop tags oh die sind geil gut jetzt geht jetzt jetzt kommt das Kampfhubschrauber geschwadert muss man anmerken die mandarin mango ist Profi Kampfhubschrauber flieger um ja genau bloß die Leute die waren die ehlauerung nicht so rum mir heute mal eine flers raus ich ich habe keine flers mehr du hast du mit meinen ich hab's um optik darin nahe man 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 gut geht man muss verfehlt und stellen interessanten Faustin hallo das ist so geworden das sagen sie alles so der sie das vermeint so und da macht der kleine Dabbel Dabbel Freude schön 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 so man hat man schon ruhig ja ruhiger kann ich mir halten ja aber irgendwie also man mal weiß ich nicht immer sind hat mich nicht zu zu 1 ich hab ihn gesehen ja und jetzt kann es weitergehen der Büro ich hab ein Büro gekündigt Reise aber der V-Büro hat gerade gelegt zu mehreren Büros die hier haben scheinend sie bis die Züge und ne jetzt haben wir wahrscheinlich noch von diesen Jets gemüller Schöne oder was er wollte ich will die Jets gerade umgeholt wo aber wo 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 aber auch nach einer Alter der H2 Raketen in dem Ort gekriegt so Trämmung mal um ja aber ich würde die Schuld die Worte von der Wichter aber ich glaube wir verlieren kann und halt halt schön hälfte ja wort der stelle kann ich ja nicht so gerade würden dort hast du gesehen dort 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 fliegt denn das zeug hin ich hätte jetzt gerade die die dummen wixer runter geholt naja was soll ja gut also von mir ja ich hoffe es hat uns spaß gemacht und wir freuen uns aufs nächste mal ja tschüss genau